ich möchte mich an dieser stelle für über 1500 fans bedanken liebe leute danke für eure treue ich hoffe meine fotos gefallen euch bald kommen auch die von diesem rs3 und schaut fleißig vorbei die seite bitte auch teilen und euren freunden zeigen freue mich über jedes gefällt mir über jeden kommentar und über jede nachricht und anfrage für shootings bevor ich vergesse und bevor ich vergesse eine kleine show ein tag muss noch sein für euch